So, das ist hier. Wir haben ja einen Stift. Kommt mit der? Ja, genau. Kranz war da. Müssen Sie sich vielleicht nochmal auf die Seite stellen? Lass ich mal sagen, die EU-Kommissarin war da. Ja, das ist ja noch nicht politisch. Haben Sie eine Information, die wir noch nicht haben? Wollen Sie nicht politisch werden? Vielen Dank. Gerne geschehen. Vielen Dank.